Hallo, mein Name ist Tosh und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All The Mods 7 To The Sky. In der letzten Folge haben wir die Base überarbeitet. Sie sieht meiner Meinung nach jetzt wesentlich besser aus. Und heute kam auch ein Update raus, das Decoration Update. Und das erste, was ich sehe, ich darf gefühlt alles nochmal überarbeiten. Also die Säulen, die würde ich sogar so lassen. Das gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Aber nein. Nein. Einfach nein. Abriss Tag 2.0. So. Schnell gefixet war jetzt eine Sache von, sagen wir, 20 Minuten. Alles machbar. So, nachdem dieses Fiasko beseitigt ist, war ich am überlegen, dass wir heute so ein paar Projekte schon mal angehen. Ich dachte auf jeden Fall schon mal, dass wir das ME-System ein bisschen ausbauen. Vielleicht eine neue Energieversorgung, weil unsere Reifen auch grauenvoll ist. Aber ich würde sagen, dass wir mit dem ME-System... Na, kriegst du richtig den Winkel hin? Da, perfekt. Dass wir mit dem ME-System anfangen. Da brauchen wir aber eine Ressource, für die wir relativ wenig haben. Und zwar werden wir DENZ ME-Cable brauchen. Beziehungsweise DENZ Smart heißt das ja jetzt. Und wo haben wir es hier? Für diese Sorte brauchen wir Fluix ME Smart Cable. Und dafür brauchen wir Fluix ME Covered Cable. Und wir brauchen Wolle. Wenn wir jetzt ins ME schauen, wir haben 120 Wolle. Das reicht für den Anfang, aber auch nicht lange. Und wir haben 294 Strings. Wenn wir jetzt alles, was wir an Strings haben, zur Wolle machen würden, das würde nicht wirklich reichen. Also spätestens, wenn wir das ME wirklich stark ausbauen, kommen wir nicht weiter. Damit wir aber Wolle kriegen, will ich nicht die Stringroute nehmen. Ich will direkt die Wolle-Route nehmen. Und zwar mit diesem Kandidaten. Nein, ich will jetzt keine Farmen mehr aufbauen mit 10.000 Schafen, die in einverdauerhaft geschert werden. Ich möchte das Ganze über ein sogenanntes Data Model machen. Und zwar mit dem Mod Hostel Neural Networks. Was macht dieser Mod? Er produziert einfach über... Irgendwann dieses... Wobei, wo haben wir das Schaf? Moment, hier ist es doch. Irgendwann dieses Sheep Data Model. Wenn wir dem sogenannte Prediction Matrix in einer Simulation Chamber geben, macht es einen Durchgang. Und wir kriegen Generalized Overworld Prediction. Das ist erstmal egal. Und zu 5, 22, 65 oder sogar 99,5% eine Sheep Prediction. Was macht diese Sheep Prediction? Wir können daraus im sogenannten Loot Replicator 8 weiße Wolle herstellen. Und diese Prediction Matrix ist nicht wirklich teuer. Das sind Glasscheiben, Gold, Lapis, Heisen für 16 Stück. Wir können jetzt einfach mal auf einen Schlag bestimmt so ein paar von denen auf Vorrat schon mal machen. Schauen wir doch einfach mal. Matrix. Ich glaube, das reicht schon mal für den Anfang. So, aber damit kommen wir auf jeden Fall nicht weit. Wir brauchen ein Data Model. Dieses Model Framework brauchen wir. Dafür brauchen wir einen Smoothzone und einen Redstone Repeater. Davon haben wir natürlich sehr viel gerade fertig. Wir werden von denen auf jeden Fall noch mehrere machen. So. Jetzt haben wir schon mal das Data Model fertig. Also einen Redstone Repeater und ein Model Framework. Wie kommen wir jetzt an dieses Data Model ran? Wir nehmen das Model Framework, machen richtig auf die Kreatur und wir haben ein Sheep Data Model. Das Problem ist, wir brauchen 6 Data Models und wir haben 5 Schafe. So, damit wir aber jetzt da, wir könnten das Teil jetzt schon, glaube ich, verarbeiten, aber wir würden nichts rauskriegen, weil es auf dem Tier Faulty ist. Ab Basic kann man, kann die Maschine von alleine leveln und dafür, damit wir das lernen, brauchen wir einen, Moment, jetzt mal gucken, einen Deep Learner. Das heißt, nochmal 6 von denen. 3 Repeater. Jetzt habe ich gerade die Glasfäden verbraucht, ja gut, kann mir passieren. So, aber jetzt haben wir den Deep Learner. Was macht dieser Deep Learner? Wir tun das Data Model da rein, tun das in die Off-End und jetzt boxen wir einmal. Und wir haben ein Basic Model. Und? Wieso? Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist, aber wir haben es. Das kommt einfach ins System. So, wir brauchen als nächstes die sogenannte Simulation Chamber. Da brauchen wir einen Redstone Comparator für. Das ist jetzt auch wieder kein Thema, aber alles ist eigentlich da. Von dem werden wir eigentlich auch noch weitere machen, aber ich will erstmal nur gucken, dass ich erstmal ein Set am Laufen habe. Und wir brauchen eine, einmal einen Loot Fabricator. Nochmal ein Redstone Comparator. Zack. Und einen Netherite Inget, da brauchen wir Scrapt, den habe ich noch hinten. Wenn, ich bin jetzt auch im Überlegen, ist wahrscheinlich, dass hier, wenn wir die neue Energieversorgung umlaufen haben, einmal alles auf. Ich glaube, da kommen wir eindeutig besser durch. Ich meine, wenn wir die Energie dann jetzt haben, auch nicht, ne? Wir haben es ja, ne? So, einen Netherite Inget und einen Loot Fabricator. So, ich habe ja überlegt, dass wir da ganz einfach hier hinpacken. Also, einmal, ja, vielleicht nicht hier. Dass wir einmal sagen, hier Simulation Chamber. Da, Data Model brauchen wir einmal. Plupp. Ähm, ich mache hier hinten einmal frei. Okay, ich habe irgendwie noch eine Kopfseite, die da hinten noch ist. So, und wir brauchen dann die Prediction Matrix einmal hier in Stack. Haben wir noch einen Drawer über? Jo, haben wir noch. Aber da ist noch Obsidian drin. Zumindest noch. So, jetzt ist da kein Obsidian mehr drin. Und wir brauchen Pipes. Da würde ich Item Pipes einmal nehmen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier schön machen werde. Wahrscheinlich gar nicht. Haben wir noch einen Flux Point. Jo, what. Den, ich packe den jetzt einfach mal hier hin. Dann kann man im Moment voll nochmal das weitermachen. Von den Drawer gibt es auch, beziehungsweise Functional Storage. Gibt es jetzt auch Puller und Pusher Upgrades. Ich würde sagen, dass wir die einfach mal verwenden. Ja, dann können wir hier. Beziehungsweise. Ja, ich ändere das mal gerade ein bisschen ab. Ich habe dir also so ein bisschen alles gerade vorgestellt. Aber ich glaube, so könnte das besser passen. Dass wir dann quasi hier im Drawer hinpacken. Simulation Chamber. Dann können wir die einfach gerade komplett raus tun. Ich glaube, das klingt schon besser. Holen wir die ganzen Matrixen raus. Keine Ahnung, was die Messer davon ist. So. Holen uns dann. Machen wir einmal hier ein. Ich habe das Bruce Wort über. Beziehungsweise. Ja, einen werden wir von denen brauchen. Und dann machen wir ja das Rezept auch oben und unten. Auch gut. Die Upgrades braucht man noch. Ja, habe ich schon fast gedacht. Wir brauchen dann noch ein paar Truhen. Äh. Push. Pull, push. Pull. Also. Theodra. Ich platziere die jetzt erstmal. Warum habe ich hier Zweier genommen? Weil wir ja auch noch diese Overworld Prediction oder was, wie die genau heißt, rauskriegen. Das heißt, eigentlich, wir können hier einen Fluxpoint hinpacken. Wow, ich bin hier in der Wüste und da ist Regen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist aber nice, dass die Wüste ist. Da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet. So. Was macht das Charakter Upgrade? Wenn das irgendwie noch bereit ist, dann können wir in die Kommentare schreiben. Sagt mir natürlich gerade gar nichts. So, wir brauchen Hopper. 1, 2, 3, 4. So, wir müssen ne, wir fangen jetzt mal mit dem Pusher ein. Wir müssen zweimal pushen und zweimal pullen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn wir nicht, machen wir einfach nochmal neue, die werden wir bestimmt nochmal brauchen. Und zwar sagen wir jetzt hier, drückst du rein, genau. pull, push. Und jetzt gleich haben wir den ersten Durchgang durch. Und jetzt müssen wir uns noch sagen, was er damit machen soll. Wir brauchen das auf jeden Fall einmal locken. wo haben wir das? Nächster Linking Tool. Configuration Tool. Lock, lock, dann einmal lock. das klappt nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Ah, Moment. Nee. Das hat Pusher. Ah, jetzt klappt das. Sehr schön. Kleines bisschen 2-Line-Error, das hat schon funktioniert. Also mit dem neuen Error bearbeite ich selber gerade noch so ein bisschen und neue Networx habe ich zwar schon einmal mitgearbeitet und dann liest du, dass ich davon wirklich auch was in der neuen Version damit mache. Alles, was wir jetzt eigentlich schon erwarten, ist, dass wir einmal so eine, hier steht Sequence Prediction Complete. Und da haben wir die Sheep Prediction. Die kommt jetzt hier auch einmal rein und hier unten wählen wir einmal Wolle aus. Einzige, was wir nur noch machen müssen, ist einmal Strom runterbringen. Wir brauchen Energy Pipes, wobei ich will die Basic nehmen. weil die nochmal so ein bisschen Strompuffer haben. Und wir haben Wolle automatisiert. Ziemlich zumindest so über, sagen wir mal so, so drei Viertel. Als wir nur noch machen müssen, ist hier oben jetzt einmal sagen, dass er die automatisch herstellen soll, aber dazu kommen wir noch. als nächstes möchte ich eigentlich gucken, dass wir den, guck, ich muss auf jeden Fall gucken, dass er heute Essensverzogen kriegt. Ich ernähre mich jetzt mittlerweile nur noch von Äpfeln. Oh ja. So, wie gesagt, Wolle kriegen wir jetzt rein. Die Teile habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also, wenn irgendjemand auch Tripsups gerne zum Modpack, ne, wenn er schon gespielt hat und so ein paar sagt, jo, das und das kannst du besser machen, ruhig in die Kommentare schreiben. Ich liese mir alle Kommentare durch. Mittlerweile ist das Model auch schon auf 10% Accuracy, das heißt ganz genau, dass wir zu 10% beziehungsweise 10,31% so ein Model-Data kriegen und das steigt mit jedem erfolgreichen, also mit jedem Run einmal durch. Bei 48% steigt das dann rauf auf das nächste Level, auf Advanced, dann auf Superior und dann zu guter das auf Self-Aware. Self-Aware, da kriegst du quasi immer was raus. So, aber jetzt erst mal, ich möchte, das ME-System hier was ausbauen und ich hatte mir überlegt, dass wir hier, äh, dich brauche ich gerade nicht, wollte ich gucken, dass wir einen 6x6 ME-Controller erst mal machen. Ich will nicht wissen, ob ich das Bett schon noch gebaut habe. Also quasi von der Größe einfach jetzt mal hier reinlassen. eins, eins, zwei, drei, okay, dann wäre gedacht, dass ich runterfalle? Ich schon. Ich stelle mir das Bett aber jetzt erst mal hierhin. Ah ja, ich habe auch währenddessen auf screen bei den Bauern, habe ich immer so ein Seep Chancellor bekommen. Damit kriegen wir quasi keine Insomnia und können trotzdem einfach sehr sehr schnell schlafen eine sehr schöne maschine so sehr schönes item me controller haben wir ja schon mal gebaut ich bin anscheinend noch ein tss channel switch ja bin ich noch so wir brauchen 6 12 20 stück einen haben wir also 19 im mekontor oder und dann 1 2 3 4 na dazu müssen wir einmal hier das kabel weg machen ich frage mich jetzt gerade wo der tee die verbindung herkriegt und so guter letzt hier dann haben wir schon mal einen schönen ring für das system ich packe jetzt mal nochmal doof den flux point hier hin und einmal ganz doof den zugang hier mp drive kann man ganz kurz hier hin das kriegt bald alles seinen richtigen platz aber für das erste reicht uns das wenn es einfach nur so irgendwo steht dieses muss da wenn ich eigentlich auch schon das passt relativ gut hier rein finde ich was als nächstes ich würde sagen wir werden relativ viel verkabelung auch unter der erde machen damit wir das aber hinkriegen müssen wir gucken dass wir mal fliegen und dafür wollte ich mal ein jetpack machen und zwar wollte ich gucken dass wir vielleicht uns ein elektron machen wir relativ schnell hergestellt das ist er wir könnten uns schnell den induction smelter machen dann können wir das auch angenehmer schmelzen machen wir auch ein induction smelter wir brauchen einen blast furnace haben wir den rest haben wir bestimmt auch schon so gut wie eine redstone flux coil ein tin gear machine frame und diese ganzen rezepte die werden dann einfach automatisiert das wir gar nicht mehr großartig gucken müssen ja haben wir das haben wir das einfach dann sagen zack bauen machen los jetzt so induction smelter packt dann einfach gerade hier damit der schwung kriegt wir brauchen bronze das heißt wir brauchen einmal kupfer haben wir ja zum glück was mal die ganzen blöcke zu barren eins zwei drei und wir brauchen ein tin ja das ist relativ langsam aber das dafür können wir auch ab jetzt ich mag das bronze war gerade fertig beziehungsweise wahrscheinlich auch gerade in war und elektron bis gleich so ich habe jetzt jeweils einmal bronze und sowas hergestellt wir kümmern uns jetzt erst mal um das erste jetpack wir brauchen einen leather strap ich hatte ganz kurz gedacht ob ich überhaupt die da habe aber ein bisschen was habe ich da ich habe ja auch schon mittlerweile 33 ja wir brauchen einen bronzer kapasitter das heißt wir brauchen von diesem basic coil einige auch übrigens ganz kurz ich habe jetzt gesehen dass ich es easy an futter rankomme und zwar das zeit ist jetzt hier schon mittlerweile auf der über der helft zu superior wir haben schon eine 46 prozentige chance haben mittlerweile auch gut was gesammelt und über diese generalize overworld prediction kann ich ganz einfach mit einem stick und einem davon zwei potatoes machen generell habe ich es auch gesehen wir können auch über ein bonnet 22 knochen machen und diese knochen können wir dann mit der hellig mit der nether prediction blaze woods herstellen also ich schätze mal nether wird bald eine kleine aktion geben also ich würde sagen ansonsten was man mit den teilen auch noch machen kann kann man doch nicht mehr ok früher konnte man die teile nochmal schnell knuspern dann hast du die erfahrung bekommen oder geht das jetzt nur noch mit denen anscheinend auch nicht mehr gut dann kommander zurück kann man nicht so von denen machen jetzt einfach mal so ein paar fertig so 20 stück weil die werden wir häufiger brauchen glaube ich und dann haben wir schon mal den bronze kapaziter fertig jetzt brauchen wir nur noch zwei energy cells normal und dann haben wir zwei raster und wir haben ein jetpack mit 100.000 fe was nicht wirklich viel ist da müssen wir glaube ich ganz drüber reden deswegen machen wir sofort den nächsten schritt weiter fünf stück von denen machen noch mal zwei öfen fertig einmal zwei mal machen gleich vier weil wir auch direkt auf elektron upgraden wollen und wir brauchen noch mal zwei von denen ich habe jetzt bewusst erst mal zwei gemacht weil ich gar nicht sicher bin ob wir bei elektron schon die nächste stufe brauchen weil es gab früher was heißt früher ich glaube ich bin mir nicht genau sicher auf jeden fall in irgendeinem leiten modpicks habe ich direkt schon ja advanced kölzer gebraucht das sollte zwei mehr 12123 und wir machen zwei flaster einen kapaziter und wir haben das elektron jetpack dann laden wir jetzt einfach mal hier drüben am energy cube auf sollte relativ ja dauert einen kleinen moment nutze ich diesen moment umsuchen wir schnell auch schon mal die key bindings raus so da ist das jetpack schon fertig das ziehen wir einmal an und wir können nicht fliegen nicht fliegen weil die engine aus ist und jetzt können wir fliegen wir haben sogar einen ordentlichen hover mode ja genau so wollte ich das muss mal gucken dass ich vielleicht auf eine andere taste lege jetzt ist v nicht belegt schauen wir mal gerade passt das aber eins joh das passt joh jetzt nur gucken dass ich mich vielleicht nicht umbringe und das sollte passen so warum habe ich das jetzt gemacht zum einen weil ich nicht möchte dass ich die sterne möchte weil ich möchte gucken dass wir jetzt hier schon mal ein paar kabel verlegen so die kabel haben wir noch welche ein bisschen was wir machen noch ein paar mehr wir brauchen Quarzfiber und Quarzfiber können wir dann mit Fluxcrystallin zu den zu den Flux- und E-Gas-Camel verarbeiten die werden wir zu covered cablen verarbeiten so das sieht schon mal relativ gut aus und dann bräuchten wir Flux- und E-Smart-Cable für die wo haben wir sie ja für die dense cable weil für die die noch nicht mit dem E gearbeitet haben das E-System hat ein Kanal System und diese Kanäle wir sagen der ME-Controller hat so pro Seite 32 Kanäle wenn diese aufgebraucht sind gebe es nichts mehr muss man die nächste Seite nehmen mit den nächsten 32 Kanälen deswegen will man auch immer gucken dass man einen relativ großen Controller macht weil so haben wir jetzt mehrere Flächen zum Anschießen blub und wir setzen uns dann einmal hier beziehungsweise wir machen das bis hier einmal ja kann man machen oh das große ME-Crafting Fan dann oh ich glaube ich brauche hier eine ich baue mir mal gerade eine Wrench ich habe keinen Bock jetzt die ganze Zeit hier rum zu fliegen und alles abzubauen äh Wrench die gute alte Zertus Quarz Wrench nehmen wir dafür mit der können wir dann einmal ob ob machen so weiter habe ich jetzt das den Smart Kabel genommen weil dieses Kabel genau 32 Kanäle übertragen kann was ich jetzt einfach hier mit ähm machen werde beziehungsweise ich mache das anders dann sparen wir uns von dem Kabel doch noch ein bisschen so wir werden nämlich jetzt noch Flix Smart Kabel nehmen das können wir jetzt von hier machen und dann einmal sagen hier dran hier dran das wird jetzt kommen wir in die Phase wo langsam alles automatisiert wird so und es gehen hier pro Seite acht Kanäle raus warum gehe ich so genau so auf die rechte Option ungenaue beziehungsweise achte auf sowas weil ich jetzt jeweils links und rechts zwei Drives platzieren möchte beziehungsweise acht Drives äh Rix Kabel kann man noch was machen das heißt ich mache äh 15 Drives weil wir eine jetzt noch haben und kann dann einfach hier sagen hier eine Wand hin ist angeschlossen Network Apprentice und man sieht jetzt da acht von 32 Kanälen sind angeschlossen und das ganze dann können wir hier anfangen aufzufüllen so das heißt wir haben jetzt jede Menge festplatten Platz ich mache hier die Tische jetzt mal gerade weg die brauche ich jetzt nicht mehr die können ins System äh Kabel möchte ich aber nochmal nehmen als nächstes möchte ich gucken dass wir hier das haben wir gerade überarbeiten und zwar werde ich hier die Inscriber hinpacken das heißt ich werde hier jeweils drei hinpacken und oben drei das sollte für den Anfang dann erstmal reichen weil ich will jetzt eh nicht so mit den Inscribern arbeiten ich will jetzt mal gucken dass wir was haben das äh damit schon mal laufen kann so 1 2 3 4 5 6 8 so bam bam oh hab ich noch so ich hab noch ein bisschen slimeballs produziert aber wir gehen langsam die Spuren aus muss ich mal gucken wie ich das mache so jetzt haben wir auf jeden Fall von denen so so das sei es inscriber 1 2 3 4 5 und wir upgraden das auf die Advanced somit ist somit ist in der Theorie oh holz muss ich auch mal gucken jetzt hapert momentan so ein paar Sachen aber ich muss mal gucken wie ich das mache aber ich jetzt mal holz werde ich einfach eine Baumform aufbauen muss ich gucken wo ich die hinpacke wie ich das mache ob ich das wirklich mit create mache ob es dann auch andere Möglichkeiten gibt effektivere aber wir haben jetzt erstmal weitere inscriber die parke ich jetzt einfach mal hier nehmen und mache hier nochmal welche hin und sag dann doch einfach mal hm Mist hatte eigentlich gedacht dass ich die anderen noch noch im Inventar hatte machen wir einfach mal so eine Dreierreihe dahin äh concrete wo haben wir sie da machen wir die Mauer und so halbwegs wieder dicht so dass wir mal kurz hier hinten hin können als nächstes brauchen wir von Applied Panagistics äh wie heißen sie nochmal die interfaces genau das heißt wir brauchen dementsprechend 6 Stück von denen die sind schnell gemacht 1 2 3 4 5 6 da haben wir sie schon die kommen jetzt hier oben drauf und wir können dann einfach da Moment oh ich glaube das wurde auch umgeändert weil normalerweise war vorher hier oben immer nochmal eine Zeit da konntest du Rezepte reintun dann Applied ich schau mal ganz kurz Interface ich suche nochmal gerade ok was wir brauchen ist das hier der sogenannte der sogenannte Pattern Provider da haben sie dann anscheinend umgeändert finde ich aber eigentlich gar nicht mal zu schlecht dass man sagen kann Interface und Pattern Provider dann beziehungsweise Patterns einmal separieren gut dann machen wir nochmal neue von denen da ändert sich eigentlich nicht wirklich viel so 1 2 3 4 5 dann kommen die hier oben eben hin bum 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 muss man bei denen jetzt auch nochmal die Richtung sagen ich hoffe es nicht ich hoffe dass die das einfach zuschneiden ansonsten muss ich da eben nochmal die Richtung angeben so wir werden die Pressen brauchen und zwar machen wir jetzt hier einmal Calculation Logic Engineering hier oben in die Mitte machen wir Silicam rein wir machen auf jeden Fall noch Acceleration Cuts hier rein da das ganze ja quasi dann automatisch und ins E-System geht wenn es eine Verbindung hat brauchen wir dafür auch nicht zu sorgen dass die irgendwie rauskommen Hauptsache die sind irgendwie verbunden was wir hierüber haben und wir haben jetzt gerade 6 von 8 Kanälen frei warum die Inscriber brauchen keinen Kanal nur die Pattern Provider die brauchen nur Strom über das MW System so jetzt können wir anfangen mit dem Rezepten zumindest in der Theorie wir brauchen damit wir in den Rezepten anfangen können ein Pattern Terminal das heißt wir brauchen nochmal ein was fehlt ein MW Terminal ich wollte schon sagen wir brauchen nochmal einen Crafting Table und wir haben ein MW Crafting Terminal was wir sofort weiterverarbeiten zum Pattern Encoding Terminal so dann packen wir uns einfach mal hier neben dran hier machen wir dann auch wieder A-B-Z alles sowieso unten und das erste Rezept das wir speichern werden ist mit einem Pattern beziehungsweise das machen wir einmal sogar automatisch also händisch und wir machen sogar ein Rezept für Schwarzglaskale rein jetzt müssen wir nur gucken wo wir das hinpacken Schnauze un das rutscht auch gerade nicht mehr rum rum jetzt war jetzt gerade schade um das Mycelium weil ich davon ja nicht wirklich viel habe beziehungsweise von den Spuren aber das kriegen wir schon hin so wir brauchen damit wir das Auto craften können nochmal so einen Pattern Provider ich mache nochmal ein paar von denen fertig und dann machen wir jetzt erstmal so wieder erstmal sporadisch einen Raum dafür beziehungsweise Platz und zwar ich mache sogar nochmal ein zweites und was wir jetzt brauchen sind Molekular Assembler von denen machen wir auch nochmal zwei Stück fertig die packe ich nämlich jetzt einmal alle AE Cracks einmal wegschauen das machen wir jetzt einfach mal ganz doof so damit wir überhaupt etwas craften können weil jetzt haben wir das Auto Crafting System fertig jetzt können wir nämlich sagen mache mir unendlich Bang Patterns nein unendlich nicht weil dann zwei Sachen fehlen das erste seht ihr hier Ressourcen und das zweite Crafting CPUs was ist das jetzt schon wieder für nächstes Werk damit das ME System auch weiß was überhaupt Crafting ist also quasi wie der Crafting Vorgang braucht abgeht nein das ist aber ein totaler Quatsch wenn ich da gerade anfange so wir haben mal ganz kurz um den Kopf durchgegangen wie ich das genau erklären möchte jetzt gerichtet auch hin das ME System braucht sogenannte Crafting CPUs diese CPUs das ist jetzt einfach nichts anderes als quasi der Speicher wo die Items reingehen damit die miteinander verkraftet werden also wenn wir jetzt 10.000 Festplatten machen wollen bräuchten wir einen Crafting CPU mit 85.000 Bytes wie kriegen wir das hin das ist nicht wirklich schwierig wenn wir jetzt einfach nur mal Crafting eingeben kriegen wir hier so ein Crafting Unit das ist das Grundbauteil das geht dann drauf bis zu 256k das heißt wir könnten jetzt einen Block davon hinstellen und hätten das sofort abgedeckt wir könnten 10.000 Blank Patterns machen wenn wir die Ressourcen haben das Dumme dabei ist aber einfach nur hier wird es das ganze auf einmal craften wenn die Ressourcen alle gegeben sind wenn wir aber jetzt irgendwann mal ein keine Ahnung ein EV Solar Panel machen was hier ein Rezept hat da ein Rezept da ein Rezept da ein Rezept da ein Rezept ich glaube wer versteht das wo mehrere Rezepte gemacht werden müssen da reicht so ein Crafting Block nicht aus das heißt also es würde ausreichen aber es würde ewig dauern man kann mehrere machen dass man quasi zwei von denen baut und hat dann 512 Bytes aber man will immer gucken dass man so vielleicht zwei von denen macht von dem es schon gerade 256 mittlerweile gibt und will das mit Crafting Co-Prozessor Units verbinden warum Crafting Co-Prozessor Units pro Co-Processing Unit kann das ME System mehr Rezepte auf einmal machen also quasi wir machen jetzt 1,2 oder 56 K Block mit drei von denen und das ME System macht drei Rezepte gleichzeitig so das Teil wollen wir jetzt auf jeden Fall aufbauen mache ich mir acht Stück von und ich mache mir erstmal ich mache mir 4k ich glaube es ist besser so das heißt zwei 4k Crafting Units und die restlichen Crafting Co-Prozessor Units packe ich jetzt einmal ganz doof hier hin hier ist das Kabel dann sage ich jetzt einmal hier ein Kabel hin und hier ein Kabel hin und wir machen 1,2,3 das war jetzt ein bisschen taktisch unklug ich habe nämlich vergessen zwei weitere Crafting Views zu machen ich habe ein bisschen verrechnet ne Moment habe ich mich verrechnet nein ich habe keine Engine Prozessoren mehr das ist aber ganz mal so schlimm die Rezepte habe ich hier drin dann schauen wir doch mal hier können wir Patterns machen machen wir mal 10 Stück da sind sie und die können wir jetzt sofort hier wieder rein tun und wir können die nächsten Sachen encoden so hier oben habe ich Silicon drin hier habe ich Engineering drin hier habe ich Logic drin dementsprechend hier Calculation jawoll dann packen wir die einmal ganz doof hier rein bzw ich mache die Logic sogar mal hier rein weil die werden am meisten gebraucht und wir können jetzt sagen wir machen einmal ein Rezept für 1K machen ein Rezept für wo ist es kann sie übersprungen jo habe ich 4K 16K und wir brauchen nochmal Patterns ach ich liebe das in dem System jetzt fehlt sehr das Quarztast haben wir jetzt zum Glück ich brauche dringend mal Fall Resistance für die Füße um so machen wir jetzt 20 Patterns ich finde auf der Animation mittlerweile relativ gut dass man weiß dass es gecrafted wird aber hier oben hat man jetzt so Platz alter das ist cool so 16K hatten wir schon drin oder jawoll dann sagen wir jetzt wir wollen die 64K auch haben und wir machen ein Rezept für die 256K was ich auch machen möchte gerade gerne sind die Karten einmal die Basic Card kann man einmal machen und die Advanced Card und wir wollen Acceleration Cards was passiert jetzt die Magie wir können einfach sagen boop 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 können wir eine 256K machen können wir und zwar brauchen wir jetzt nur noch äh datir und ich habe gerade gesehen die 256K brauchen wir für das Importable Pop Robibility Device was ist das? das ist eins der Komponenten für den All The Mods da als allererstes pack ich jetzt erstmal das da rein und jetzt haben wir wirklich erstmal Storage aber da wir gerade den All The Mods da ansprechen ich habe mich jetzt hier neue Dings mit dem Street Ticker unterhalten auch so ein bisschen so hier zu dem Mob ähm Base Design und alles und er war der Meinung als wir so ein bisschen unterhalten haben über das Mod Pack All The Mods da gehen wir bloß weg den Katsu schön brav machen ich möchte das ganze noch ein bisschen schritt näher machen weil ich mittlerweile so dieser Typ bin das Pack ist für mich erst fertig wenn ich es auch fühle ich habe es geschafft was ich damit andeuten möchte ich möchte in diesem Mod Pack versuchen nicht nur den All The Mods da herzustellen quasi hier nochmal das Rezept es ist eine Menge wir brauchen dafür Red Matter, Unobtainium, Nether Star Blöcke und jede Menge Klein Scheiß wofür ist der da? für Creative Sachen ein Creative Source Jar Creative Spellbook Creative Mana Pool was haben wir noch so für Späße Creative Lace Cake ähh ein Creative Motor diese ganzen Creative Items ich möchte mir dieses Mal sagen das Pack ist für mich fertig wenn ich jedes einzelne Creative Item fertig habe was haltet ihr von der Idee? ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn ihr dazu mal was in rein schreiben würdet ich werde jetzt erstmal gucken dass ich einmal ein paar weitere Festplatten hier mache bis gleich beziehungsweise ich werde das wahrscheinlich Offscreen machen weil ich gerade mal gesehen habe dass die Folge schon ein bisschen lang geworden ist ich habe jetzt gerade so ein bisschen eine Zeit verloren glaube ich äh ich würde einfach mal hier einen Cut machen und ich mache dann einfach aufs noch ein paar Festplatten fertig und dann gucken wir mal das war beim nächsten Mal die Erstverarbeitung revolutionieren bei uns wenn euch die Folge gefallen hat lasst doch einen Daumen nach oben da wenn ihr nichts verpassen wollt drückt auf den Abonnieren Button und natürlich auf die Glocke drücken dann verpasst ihr nichts ansonsten lasst mir gerne einen Kommentar da wenn euch das Projekt gefällt schreibt mir ein paar Tipps rein ich kenne mich zwar mit Modpacks relativ gut aus bin aber auch kein äh ich sag mal ich bin kein absoluter Experte ich kenne mich mit sehr vielen Sachen aus aber auch nicht mit allem auf jeden Fall das war's dann für heute wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dahin tschüss tschüss Hauw holl o o o